Peru Place lässt uns in die Ballgie sehen, wir tauchen ein in die Spielefeld. Peru schafft kein Moment, verkehrt die Deck, komm hier um den Ziel und zum Wandel ein. Peru Place Wir sind unterwegs mit Detective Valentine, Nick Valentine, er soll uns ja suchen, er soll uns helfen zu suchen, nämlich unseren Sohn Sean, vorher, Moment, okay, wir warten mal kurz ab, wer da kommt. Ja, wir können Nick noch nicht gleich engagieren, wir müssen ihm erstmal nochmal bei einem Fall helfen, mit einer verschwundenen Lady, die sich, ja, die eigentlich gar nicht so verschwunden ist, die sich mit einem Gangsterboss zusammengetan hat. Ich denke mal, wir haben jetzt hier die Auswahl vorbeischleichen oder platt machen. Wieso ist Preston, Preston ist mit dabei? Haha, kopflos durch die Nacht. So, hier ist noch gar nichts vorbei, Freunde. So, was haben wir denn hier? Einen kopflosen Kollegen. So, ich muss jetzt gerade mal wieder so ein bisschen mich einfinden in die Situation hier, wie immer. Wenn man so ein bisschen Pause gemacht hat. Aber zu Glück kommen wir ja bei den Bethesda Spielen immer wieder schnell rein. Ja, ihr müsst mir mal schreiben, mir sagen, ob und wie ihr das weiter sehen wollt. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich werde jetzt bis auf weiteres keine Spiele mehr machen, die gewünscht werden. Weil wenn ich sehe, dass die dann eben halt auch nicht geschaut werden, sehe ich da keinen Sinn drin. Das macht mir nur extra Arbeit und euch keinen Spaß. Also, wie gesagt, ich werde da mal sagen, wenn ihr etwas sehen wollt, wenn ihr etwas nicht sehen wollt, dann machen wir das hier. Okay. Oh, Moment, was liegt hier rum? Klappe halten. Ja, wir müssen immer noch dieses Vermisste-Töchterlein finden, dass ich hier als... Gangster-Liebchen herausgestellt hat. Vorher geht es auch mit der Handlung nicht so wirklich weiter, dann müssen wir jetzt durch. Warum wartet ihr nicht auf mich? Es ist immer dasselbe mit dem Volk. Oh, ich werde nicht da. Okay. Äh, Preston kommt wieder als letzter, ne? Das ist so typisch. Das ist ein gutes Argument. Wurde auch schon gerade was für die Treppen sagen. Nick nimmt mir aber die Worte aus dem Mund her. Okay. Einen haben wir schon weg. Naja, bla, bla, bla. Reden tun sie alle gut. So, was sagst du jetzt? Nix. Dritzel sagst du noch und das war's. So, schauen wir hier nochmal kurz rein. Thronkorten. Der nickt, der rennt einfach weiter, hier, ne? Na, ich dachte mir auch nicht, dass der Mafioboss, auch wenn er Skinny heißt, hauchdünn ist, wie ein Blatt im Wind. Das habe ich auch nicht wirklich geglaubt. Eben gerade ein Volt 114-Anzug, den haben wir gerade mal eingesackt hier. So, ich habe übrigens, äh, das, äh, Funk-Headset jetzt mal mit Kabel angeschlossen. Ich meine, dass es sich vom Mikrofon ein bisschen besser anhört. Äh, bitte schreibt mir mal in die Kommentare, ob, äh, ich das nur so empfinde oder ob das tatsächlich so ist. Dann behalten wir das so bei. Und erschießt, meine Jungs. So, ich glaube, wir brauchen mal schnell hier Dingens, Dingens, Moments. Das ist immer ganz kurz hier. Inventar. Wilsmittel haben wir eigentlich noch Steampacks. Äh! Sag nicht, wir haben keine Steampacks. Ich sehe auch kein Blutpaket oder ähnliches irgendwas in der Art. Verdammter Hacke. Schmutziges Wasser. Super. Ich kann das jetzt gerade nicht glauben, dass ich nichts davon dabei habe. Tatsache. Ja, wo ist er das? Ob er mit all den Göttern jetzt für Leif oder schwerer ist. Hm, die Kugeln wiegen wohl auch einiges. Gute Nacht, mein Prinz. Auch die guten Alpen mit Hanben. Es wird ein unangenehmes Gespräch mit Dalas' Eltern. Das glaube ich auch. ... dass ihre Tochter das Zeitpunkt ersegnet hat. Nun, zumindest ist der Fall damit abgeschlossen. ... erschwinden wir von dir. Es gibt eine Wartungsleiter, die direkt an die Oberfläche führen sollte. Das ist schön. Ich hätte aber gerne ein paar Steampacks vorher noch irgendwo abgezogen. Warte doch mal. Der Kerl rennt hier einfach durch die Gegend. Junge, Junge. Der liegt ein Speed vor hier. Ah, Mist. Wo ist er denn jetzt lang gedackelt hier? Der Herr vorne zu. So, was haben wir hier? Da ist ein Steampack. Mein Gott. Gut, Paket. Können wir beides gut gebrauchen. So, wer weiß, was ist noch auf dem Weg da nach oben erwartet. Alter, wo... Wo ist Nick? Alter, der Junge gibt hier richtig Gas, ne? Meint er die hier? Ich hoffe es mal. Ich hoffe es. Entdeckt, Volt 114. Okay. Gerne. So, dann schnacken wir mal mit dem Kollegen hier. Das spielt keine Rolle. Gut, Schlauberger. Der hat ein Geheimnis für dich. Also, du hast deinen Sohn Sean erwähnt. Ist er verschwunden? Komm in mein Büro in Diamond City. Erzähl mir alles, was du weißt. Außerdem hast du dir die Gelegenheit verdient, dich zu setzen und deine Gedanken zu ordnen. Wir sehen uns dort. Wir sehen uns in Diamond City. Okay. Sei mein Valentine. Wie süß. Okay. Und ein Level Up für uns. Das wollen wir uns gleich mal anschauen hier. So, lass mal gucken, wie wir unsere Peaks und Perks verteilt haben bis jetzt. Gewehrschätze, Vans, plus zwei Wahrnehmung. Okay, was können wir denn noch ausbauen hier? Ähm, Schnorrer. Mehr Munition ist immer gut. Munition! So. Wo stehen wir jetzt eigentlich hier gerade rum, sag mal? So, lass mal in die Karte gucken. Ähm, 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 achso, wir sind hier vor den Toren, sozusagen, von Diamond City. Dann machen wir doch eine schnelle Reise. Ja, bei jedem Wetter eine Augenweide hier, ne? Diamond City. Ich habe hier auch die Absicht, uns noch eine Unterkunft zu erwerben. Weil ich meine, hier war doch irgendwo eine Wohnungsvermietung. Ich glaube, das war hier rechts hinten. Ja, da sind wir schon in Rüstung, Rüstungsständer für die Powerrüstung. Genau, da ist er. Der kostet allerdings ein paar Öcken. Ich glaube, 5000 Kronkocken. Lass uns mal gucken, wie unsere Finanzen aktuell aussehen, bei der Gelegenheit. Ähm, eventuell, warte mal. Ja, 1273, da sind wir noch ein bisschen von weg. Ne? Sagen wir, wie es ist. Aber ich würde schon gerne bald hier irgendwas haben, wo ich meine Sachen einlagern kann. Das heißt, wir werden das sobald wie möglich in die Hand nehmen, ja? Jetzt, ähm, orientiere ich mich gerade, wo war Nick? Und sein Büro. Genau, da war es. Ist ja gut ausgestellt, alles hier. So. Nick hat uns Hilfe versprochen, die nehmen wir auch in Anspruch. Oh, jetzt kommt das mal wieder Sehensfreude hier. Amen. Du lachst dem Tod ins Gesicht, aber eines Tages wird er zurücklachen. Nicht so lange ich Freunde habe, die mich unterstützen. Also ich denke mal, mit dem Gesicht kann ihm dahingehend nichts passieren. Danke. Danke. So, dann sprechen wir mal mit Ellie. Danke, Ellie. Ja? Du stürzt dich wohl ständig in unheimliche Vorkriegsruinen, richtig? Hier. Natürlich. Ist mein Hobby. Hier sind die gemachten Kronkorben versuchen. Und ein kleiner Zuschuss. Oh. Hundert Kronkorben. Könnte nicht durchaus einen neuen Partner gebrauchen. Hey. Hey. Trenchcoat und Filzhut. Hey. Wir haben hier jemanden, der vorher unsere Hilfe braucht. Gut. Kommen wir zum Geschäft. Setz dich. Mach's dir bequem. Okay, ich denke mal, jetzt werden wir unsere Geschichte hier erzählen. Wenn man nach Vermissten sucht, steckt der Teufel im Detail. Erzähl mir alles, egal wie schmerzhaft es ist. Das lassen wir uns natürlich nicht zweimal sagen. So. Den Mord beschreiben, Volt beschreiben, Entführer beschreiben. Fangen wir mal mit dem Entführer an. Da waren ein Mann und eine Frau. Sie sagten nicht viel, aber sie nannten mich den Ersatz. Also ein kleines Team. Profis. Die wissen, dass man bei Aufträgen nicht viel redet. Keine Ahnung, was der Ersatz bedeutet. Vielleicht soll ich die Volt doch noch ansprechen, wenn, ja, in dem Zusammenhang. Wir waren in einem Volt, als es geschah. Volt 111. Eine Art Kryoanlage. Du warst eingefuhen, oder? Und noch wichtiger, du warst im Untergrund. Versiegt. Viele Hindernisse, um nur eine Person zu entführen. An was erinnerst du dich noch? Puh. Ja, den Sean, auf jeden Fall, den können wir beschreiben. Das machen wir auch mal. Wir suchen nach meinem Sohn. Sean. Er ist nicht mal ein Jahr alt. Warum sollte ihn jemand entführen? Gute Frage. Warum gerade deine Familie und warum ein Kleinkind? Jemand müsste für ihn sorgen. Immerhin ist er noch ein Baby. Da haben wir es. Das war kein Zufall. Er auch immer ein Kind in der Zeit. Meine Meinung. Er ging planmäßig vor. Hm. Viele Gruppen im Commonwealth entführen Leute. Raider, Supermutanten, die Garner. Und natürlich das Institut. Schon wieder das Institut? Du glaubst also, das Institut steckt dahinter. Tja, die sind der Buhmann des Commonwealth. Wenn was schiefläuft, beschuldigt sie jeder. Ist auch verständlich. Ihre ersten Zünds nehmen ganze Städte auseinander und töten jeden, der im Weg steht. Es gibt auch neue Modelle, fast menschlich. Die Städte infiltrieren und im Hintergrund die Fäden ziehen. Aber niemand weiß, warum sie es tun. Was ihr Plan ist. Oder wo sie sind. Nicht mal ich. Und ich bin selbst ein Zünd. Also, ein ausrangierter Prototyp. Ja, nichts übersehen. Okay. Ähm. Ja, haken wir da gleich mal nach. Prototyp. Du bist ein Prototyp? Soweit ich weiß, ich hab noch nie einen Zünd wie mich gesehen. Die Älteren sind... Zugegeben, ich auch nicht. Ganz aus Metall. Die Neueren fast menschlich. Ich bin irgendwo dazwischen. Okay. Lut mich nicht an, Nick. Du bist einer von ihnen. Sie haben dich gebaut. Ja, kenn ich schon. Du bist ein Freak. Du hast was zu verbergen. Bla, bla, bla. Die Wahrheit ist, wer clever genug ist, mich zu bauen, ist auch clever genug, um seine Spuren zu verwischen. Und arrogant genug, um seinen Müll im Commonwealth abzuladen und sich selbst zu überlassen. Okay. Und das ist eine der Sachen, die ich bei Fallout 4... Ja, auch wenn viele jammern und meckern und sagen, äh, ist der schlechteste Teil. Erstmal, ah, ich find ihn überhaupt nicht schlecht. Das ist immer Geschmackssache. Ne, ist klar. Ja, also ich find ihn nicht schlecht. Aber ich find's gerade schön, dass wir hier so viel über die Figuren erfahren. Weißt du, ein Spiel zu machen, loszuziehen, rumzuballern, fertig. Das kann jeder. Aber eine gute Storyline zu bauen und Charakter zu schaffen, die man mag oder abgrundtief hasst, das ist die Kunst. Und ich finde, das haben sie hier in Fallout richtig gut geschafft. So, aber wir wollen natürlich weiter in der Handlung. Es geht natürlich um Sean. Wie auch immer. Ich muss Sean finden. Stimmt. Die Spekulationen lenken uns nur ab. Konzentrieren wir uns auf das, was du weißt. Wie sahen die Entführer aus? So, also, ja, ne, auf den ersten Blick natürlich Glatze und Narbe an den Typen, der bei uns ans Fenster gekommen ist. An den erinnern wir uns definitiv. Einer kam ganz nah ran. Er hatte eine Glatze und eine Narbe, die quer über sein Mikes Auge ging. Warte. Das kann nicht sein. Du hast nicht etwa den Namen Kellogg gehört? Haben wir den gehört? Wer ist das? Glaubst du, er hat Sean? Ah. Das wäre ein extremer Zufall. Ellie, was wissen wir über den Fall Kellogg? Die Beschreibung passt. Glatze, Narbe macht gefährliche Söldnerjobs. Aber niemand weiß, wer sein Auftraggeber ist. Und er hat hier ein Haus gekauft, oder? Hatte er nicht ein Kind dabei? Ja, genau. Was? Ein Kind dabei? Verdächtig. Moment. Zehn Jahre alt? Das heißt, Moment, Moment. Lass uns mal kurz rechnen, Freunde. Wir waren 200 Jahre in der Stase, also 200 Jahre eingefroren. Das heißt, wir sind, in Anführungsstrichen, nur zehn Jahre vor unserem Erwachen beraubt worden, beziehungsweise unsere Frau getötet und unser Sohn entführt worden. Also nur zehn Jahre. Ich dachte, das wäre jetzt ein leerer, ähm, leerer, ein längerer Zeitraum gewesen. Okay. Er wohnt hier? Er ist doch in der Stadt. Beide sind vor einer Weile verschwunden, wenn ich mich heftig erinnere. Aber das Haus ist noch da. Schauen wir doch bei Kelloggs letzter Anschluss vorbei. Vielleicht finden wir rausgekommen. Das heißt, wir haben die Zeit hier völlig falsch eingeschätzt, also ich jedenfalls. Okay, dann werden wir uns dieses Haus mal angucken. Äh, Nick, ich folge dir. No. Okay. Ich bin mal jetzt sehr gespannt auf die Bude. Ich wollte nicht, dass Ellie es hört. Okay. Hier sollte ich es sagen. Alles, was ich über Kelloggs herausgefunden habe, ist schlimm. Er ist mehr als ein Söldner. Er ist ein Profi. Schnell, sauber, gründlich. Hat keine Feinde, weil sie alle tot sind. Hm, ist auf dich. Zu 90 Prozent ist das unser Mann. Es ist nicht nur sein Aussehen. Auch die Vorgehensweise ist ganz designier. Ein Baby mit einem kleinen Team zu entführen und einen Elternteil am Leben zu lassen, das bekommen nur wenige Söldner im Commonwealth hin. So, ich glaube, ich glaube, das ist die Bude. So, nur. Oh, Meister. Okay. Ja, das machst du mal bitte, weil im Aufschwemmen bin ich noch nicht Meister. Also Preston, der läuft hier rum wie Falschgeld, ne? Steht mehr im Weg als sonst was. Ich kann das nicht, ich bin... Ja, eben. Die Skills habe ich noch nicht. Hey, Valentine. Ah, so kommen wir nicht durch die Tür. Siehst du die Plattform da hinten? In der Nähe des Stadtrands? Das ist der Aufzug zum Büro des Bürgermeisters. Ah, ja. Doch dort mal nach. Ich bleibe hier und versuche das Schloss aufzubrechen. Okay. Dann müssen wir uns noch mal was einfallen lassen, ob wir vom Bürgermeister die Schlüssel kriegen für Kellogg's Haus. Ich denke mal, da werden wir uns was einfallen lassen müssen. Ich denke nicht, dass die uns aus freien Stücken hier die Schlüssel in die Hand drücken. Äh, wirklich nicht. So, da ist der Aufzug. Bin ich richtig? Ne, das war die falsche Richtung. So. Okay. Ja, genießen wir bei der Gelegenheit natürlich die wunderschöne Aussicht hier. Also ist schon ein schönes Bild, ne? Also hier sieht man tatsächlich mal auch, dass das ein Stadion war, ein riesiges. Ach, das ist doch wieder unsere Freundin hier. Die Piper. Ja. Oh, oh. Was machst du hier, Piper? Ich will herausfinden, warum der Bürgermeister sich alle zwei Wochen mit demselben verdächtig aussehenden Kurier trifft. Aus keiner Siedlung, die ich kenne. Nicht von einer Karavane. Kommt und bieten, wo jemand mit ihm reden kann. Hm, vielleicht ein Botenjunge des Instituts? Wenn der Artikel erscheint, wird sich jeder diese Frage stellen. Was ist mit diesem Kurier? Ich wollte sowieso gerade gehen. Okay, ich glaube, das war unsere Unterhaltung. Wo will sie jetzt hin? Versuchen wir doch mal ganz kurz so knackig hier mal. Das war jetzt herrlich unkompliziert. Ja, Preston hat das gehasst. Preston, Preston, Preston. Hast dieses, hast jenes. Mein Gott, das ist so eine Tussine. Junge, langsam regt er mich auf. Meinsmal muss man tun, was getan werden muss. Das gehört dazu. So, das da hinten, das, das, nee, das hier. Das ist Kellogs Haus. Okay. Völlig irre gebaut, das Ganze, ne? Völlig irre. So, können wir das Licht mal wieder ausmachen. So, da sind wir wieder. Na, hat uns die Piper, ohne es zu wissen, auch ein bisschen geholfen. Einfach die Sekretärin mal ein bisschen abnerven, ne? Und tschüss. Okay. Sehen wir uns etwas um. Kellogg muss irgendwas zurückgelassen haben. Okay, dann schauen wir uns mal um. Hm. Rumkocken, Golduhr. Ja. Kommt dir der Laden auch verdammt klein vor? Ja, mir kommt der klein vor, richtig. Das ist ein Argument. Warte mal. Hm. Hier ist nichts. Hast du dir den Schreibtisch angesehen? Ja, ich bin dabei, mein Freund. Handschellen? Wer weiß, wofür wir die brauchen? Im Zweifelsfall verkaufen wir das. Ja, ich bin schon dabei, aber es ist nicht so einfach, weil Herr Preston überall rumsteht. Junge, der Richtbehof. Wann mach ich? Mach mal Licht an hier. Also, im Schreibtisch scheint nichts zu liegen. Obwohl. Ah! Auch eine Möglichkeit, einen Raum zu verstecken. Wo? Wo ist die Tür aufgegangen? Da. Was ist das? Sieh dir das an. Ein Schatz gegenseitig. Okay. Steam Packs. Ganz wichtig. Was haben wir hier? Wenn it start. 44er Patronen. Zigarne. San Francisco Sunlights. Interessante Marke. Das allein hilft uns aber nicht. Nuka Cola Quantum. Sehr schön Kartoffelchips. Ja, das sind natürlich Sachen, die können wir alle richtig gut gebrauchen. Ich muss nur langsam, glaube ich, auf unser Inventarplatz achten. Fusionszellen 20, jawohl, ja, was haben wir hier noch, Insta-Püree, der ist ja richtig gut vorbereitet, der Mann. Naja, war, ne, vor meinem Besuch. Mist. Das ist nämlich genau das, was ich meine. Jetzt haben wir schon wieder zu viel an der Hacke hier. Warte mal. Dogmeat. Irgendwelche Vorschläge, nicht? Hm. Was ist mit Dogmeat? Ein Commonwealth-Köter wie er kann den Geruch von Leuten über Meilen hinweg aufstehen. Warum holst du ihn nicht? Und muss sie mal schütteln. Vielleicht kann er die vierte Jahr aufnehmen. Bevor du dich auf den Weg machst, ich weiß, dass das was Persönliches ist. Wenn du dich Kellogg allein stellen willst, sag das einfach. Außerdem hast du schon reichlich Gesellschaft. Wir können ja nicht alle das Commonwealth nach einem Mann absuchen. Äh, doch, können wir. Irgendwelche klugen Ratschläge? Wenn Kellogg wirklich deinen Sohn entführt hat, dann ist er gefährlich. Das bist du aber auch. Du musst keine Angst vor ihm haben oder vor sonst irgendwas, was dir das Commonwealth in den Weg stellt. Das finde ich sehr nett. Ganz ehrlich, der Preston geht mich sowieso auf den Sack. Also wem nicht, ne? Also auf deutsch gesagt, wem nicht. Deshalb nehmen wir Nick als Begleiter an. So, Preston will ich den in Sexuality Hills haben eigentlich auch nicht. Den schicke ich mal hier, wo schicken wir den hin? Zum Starlight Driving. Okay, schnappen wir uns den Bastard. Ab jetzt ist das deine Show hier, okay? Du sagst spring und ich sag wie hoch. Das Leben meines Detektivs ist das gleich. Das ist eine Ansage. Jetzt lass mal sehen, ob wir was mit ihm austauschen können, dass wir uns mal so ein bisschen erleichtern können, ja? Gewichtstechnisch. Äh, ja, 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 äh, jetzt, warte mal, Waffen. Junk-Jet-Institut-Gewehr. Was haben wir denn jetzt mal so doppelt? Die doppelten Sachen, die können wir definitiv hier erstmal loswerden. Die Minigun, die will ich jetzt nicht wegpacken, weil die brauchen wir definitiv noch, wenn wir mit der Powerrüstung unterwegs sind. Sogar ziemlich sicher. Äh, Schrotflinten, ja, sind eigentlich jetzt nicht so mein, äh, Revier, sag ich jetzt mal. Aber, ich behalte sie erstmal. Ist eine schöne Waffe eigentlich. Äh, sind wir... Was geht? Geht jetzt rüber zu Nick. Was wir nicht überdringend brauchen. Diverses. Synthetische Wahrheitswissen. Mein Schrott. Äh. Haben wir jetzt tatsächlich 240... Ne, 227 von 240. Wir sind schon wieder leichter geworden, das reicht. Okay. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich wieder in Sanction... Nein, Dogmeat ist zu uns gekommen. Mein Süßer, du bist ja richtig guter. Dogmeat, knüffel mal da dran. Hast du was gefunden, mein Junge? Ja, da mal los. Zack, knackig hinterher. Und Preston, geh aus dem Weg. Du bist auf Urlaub. Ich würde dir noch immer gerne etwas sagen, wenn du mal kurz Zeit hast. Boah. Den Katzen nach Hause schicken, der sammelt immer noch. Den kannst du begraben, muss die Klappe extra begraben. Du hängst mit Wellen dran rum, was? Schön für dich. Niki ist einer von den Rücken. Weißt du's? So, war mir klar. Geht natürlich aus Diamond City raus. Natürlich. Okay, Dogmeat, wo geht's hier lang? So, wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf unsere Mission hier. Da hinten war es gerade was. Solange du das Zeug trägst. Was für ein Hinweis hat er hier gefunden? Hast du die Fährte verloren, mein Junge? Also ich hätte jetzt hier, äh, ein bisschen mehr erwartet. Ah, da ist die Zigarre. Sehr schön, Dogmeat. Na, dann mal hinterher. Aber da hinten war Bewegung, das war verdächtig, da müssen wir aufpassen. Ah! Wie viele von den Viechern sind in der hat. Ja, gütlich einigen mit Insekten ist immer so eine Sache. Nein, das ist, äh, eher nicht. Na? Wo führst du uns in Dogmeat? Wow, 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 wow. Ja, ist klar. Hab ich mich jetzt verjagt? Das sind gleich mehrere von dem Mist-Bagger-Looten hier. Mann, Mann, Mann. Ja, und hier der Mega-Verseuchte auch noch, oder was? Was war denn das für ein Mist-Viech? Verstrahltes, blutnuklares Material, das nehmen wir mal mit hier. So, ich hoffe, damit ist das Thema mal erledigt, sag mal. Ja, was für ein Mist-Viecher. Auf geht's, Dogmeat. Weiter geht's. Unser Hund hat gerade so ein bisschen gestrahlt. Das beunruhigt mich gerade so ein bisschen. Junge, Junge. Oh, es geht in den Untergrund. Ist das was Gutes? Ich weiß es nicht. Da hat jemand... Ja, Party gehabt. Warte mal. Okay. Warte, 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 mein Hundchen. Warte, warte. Blutige Verbände. Blutiges Verbandszeug. Eine gute Fährte für Dogmeat. Wir müssen zusammenbleiben, Kumpel. Wenigstens bis wir Kellogg finden. Was meinst du, Junge? Kannst du uns weiterführen? Scheint diesen armen Gammler hier auf dem Gewissen zu haben, der Kollege. Junge, der bringt uns hier auf eine Reise, der liebe Dogmeat. Naja, seine Schuld ist es ja nicht wirklich. Der gute Kellogg macht ja hier seinen Wandertag. Da kann ja der Dogmeat jetzt für. Aber, Junge, Junge. So, gleich mal von Anfang an entsorgen hier, die Jungs. Hier wirft sich uns aber auch alles in den Weg, damit wir hier nicht weiterkommen. Haben die sich abgesprochen, Samba? Oh, wow, 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 wow. Nick, wir brauchen dich. Nick! Na! Boah, ist eine andere Wache, die da besser zwiebelt? Also mit dem Laser, das hat den jetzt nicht so wirklich beeindruckt, oder? Jetzt mal ohne Scheiß. Nein! Hat er uns jetzt wirklich wieder ganz zurückgesetzt? Das ist nicht euer Ernst. So Leute, wir gehen die Strecke nochmal ab. Wir machen hier mal einen kleinen Schnitt. Wir hören und sehen uns gleich wieder. So Freunde, wir sind wieder da. Ich bin die Strecke nochmal für euch gelatscht. Ich habe mir mal ganz schnell die kleine zierliche Midi-Gun zur Hand genommen. Aber vorher speichern wir mal ganz schnell, glaube ich. So. Falls jetzt was schief gehen sollte, man lernt ja. Nicht, dass wir da wieder von vorne anfangen müssen. Und die ganze Strecke latschen müssen. Wir halten uns mal so ein bisschen in Deckung hier. Jetzt habe ich allerdings auch nur 148 Schuss von der Minigun. Das ist natürlich schnell rausgerotzt. Das heißt, die müssen wir effektiv einsetzen. Da ist er. Ah, fuck. Wir müssen hier weg. Wieso geht der nicht weg? Nick tobt hier irgendwo andersrum. Leute, das geht so nicht. Junge. Was ist denn los mit euch? Wo sind meine Begleiter? Wo ist mein Support? Jetzt sind wir schon wieder im Eimer. So, jetzt gibt es nur noch die andere Variante. Umgehen, das Problem. Jetzt warte mal. Wir wollen mal sehen, ob wir das umgehen können, das Ganze. Es muss doch einen Weg geben, wie wir den Kollegen aufspielen können hier. Warte mal, wenn wir da bis zum Haus kommen. Auf Treppen kann der Kollege nicht laufen. Jetzt warte mal. Warte mal. Okay, ich glaube, der hat ein bisschen Interesse an mir gezeigt. Okay, der ist jetzt da im Wäldchen unterwegs. Hat er jetzt das Interesse verloren oder? Also manchmal ist auch eine Flucht ganz vernünftig. Dogmeat, kannst du mir bitte sagen, warum du wieder auf das Viech zuläufst? Wo läuft er hin? Im Ernst? Wieso läuft er wieder zu diesem idiotischen Viech? Das gibt's doch nicht. Das ist idiotisch. Wieso? Warum? Warum ne? Warum habe ich die Auswand vor mir? Wo ist dieses Mistvieh? Langsam ich die Faxen dicke mit dem Ding. Jetzt sehe ich die noch nicht mal. Den Pfeifenkopf. Geh da jetzt hoch die Treppe. Verdammte Hacke. Mann, 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 Mann. Regt mich das auf, die Scheiße. Ja. Entschuldigung. Entschuldigung. So, jetzt ist mal auch gut mit dem Viech. Das war jetzt absolut unnötig, die Nummer, ja. Das Leder und so, das nehmen wir gerne mit. Aber diese ganze Nummer, Junge. Was soll das? Leute. Puh. Das hat jetzt Zeit und Nerven gekostet. Und wo ist Nick? Hat den irgendjemand gesehen? Habe ich uns gerade verraten. So, jetzt ist auf jeden Fall jemand mal gemütlich gemacht. Gwyneth Scott. Es dauert, ja, genau. Richtig. In der Tat. Der Lock ist immer noch da draußen. Wir müssen ihn finden, Junge. Was meinst du, Junge? Kannst du uns weiterführen? Das ist so ein bisschen Schnitzeljagd, ne? Das ist... Wir wollen nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 okay weiter geht sag mal wo kommen die alle er haben die jahres hauptversammlung oder die madame war aber hier renitent so weiter das alles wegen einem fatge weisse läuft so ich brauche mal schnell ins team pack minimum 1 ach komm hör doch auf ihr wollt mich doch hier vereiern freunde ich könnte ja ein bisschen unterstützung brauchen nick wo ist nick schon wieder der kann langsam so anfälle wie mr preston hier viel labern wenig tun weißt du junge ja jetzt kommst du wo ich sie alle wieder gemäht habe hier das ist ein held durch sagt dir ja es gibt nichts besseres als man macht es selbst na so ist dass ich mal verlass dich auf andere und du bist verlassen so haben wir alle sprüche gekloppt die es dazu gibt weiter geht's medizin ist immer gut das muss ja eine fette oh okay was haben wir denn hier fehler system fehlerhaft ich spüre meine beine nicht mehr ja weil den oberkörper fehlt sehr witzig kann ich da irgendwas mit machen ne scheint nicht so aber doch mit geht auch nicht weiter was war das eben da so eine zigarre so da musste sich der gute dog mit erstmal ein bisschen orientieren was haben wir da hinten narrate herrschkuh ja gut die lassen wir mal in ruhe die tut uns nix dog mit was machst du da wir wollen nicht auf die jagd das hier ist eher ein problem mist blutkäfer die munition für die laserwaffen wird langsam auch was will er denn von dieser drecks ray kuh die macht nichts mein gott dafür verschwinden jetzt unsere zeit im ernst die ist dann nur lang gelaufen hätte die uns jetzt angegriffen werde ich ja dass ich mir eingehen dann noch so viel mistiges rüsselt hier mann 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 also ich muss gestehen dass sie gerade ist jetzt nicht eine der aufregendsten missionen die schnitzeljagd nach kellogg aber muss man durch ne gehört dazu also jetzt gespielt ok ja ja und wir werden natürlich weiter suchen nach mr kellogg aber ich sehe die zeit wird ein bisschen knapp deshalb machen wir hier jetzt erstmal kurzen break eine kurze pause freunde ich hoffe es hat ein bisschen gefallen wenn ja dann lasst gerne ein like follow gerne auch ein abo da glocke leuten natürlich nicht vergessen ne und ansonsten wenn ihr wollt sie muss natürlich das nächste mal wieder danke fürs zusehen bis zum nächsten mal tschüss und an dieser stelle wie immer dankeschön für euren support für jedes like follow oder abo oder das glocke leuten gerne könnt ihr den kanal natürlich auch teilen oder videos das freut mich immer wer möchte kann was bei tippie da lassen gerne nur wenn ihr wollt oder könnt wovon ihr ein bisschen mehr habt holt euch nächstes spiel bei meinem partner instant gaming da gibt es konsolen und pc spiele bis zu 90 prozent günstiger und dauer rabatte auf gut haben karten von xbox und playstation schaut einfach mal rein ich sag dankeschön medleute abonniert alle peru place von führenden ex youtuber empfohlen da gehe ich auf 100 sachen 80 tschüss tschüss